Recht herzlich willkommen zur elften Folge von Oxygen Not Included. Wir sind am Krankenstation bauen, wie ihr seht. War ja letztes Mal noch angedacht und hier sehen wir ganz viel, dass das Essen ein Problem ist. Okay, aber das ist jetzt wahrscheinlich wegen Pause gewesen, kann das sein. Auf jeden Fall sind sie stark am Rackern. Wir müssen mal gucken, dass wir hier vielleicht dann doch weiterkommen. Das machen wir so. Und wir haben da eine Krankenstation. Jetzt ist die Frage. Ja, ich glaube, wir unterteilen das, wenn dann kommt dahinter noch ein Zimmer mehr. Hier machen wir erstmal eine Tür hin mit einer Schleuse und da ist dann auch erstmal Sabbat. Dann haben wir das Mini-Krankenzimmer erstmal hier gebaut. Wir müssen aber zusehen, dass wir da Luft reinkriegen. Die Luftgeschichte ist dort unten. Ziehen wir hier lang. Da geht's lang und da geht's dann auch lang. Und das Auslassgitter kommt da hin. Prio sollten wir vielleicht auch hoch machen. Äh, ja. Passt. Gut, dann kommt die Krankenstation und wird dann fertig. Hier, ja, dann die nächste Geschichte wäre dann, ich glaube, hier drüber eine Apotheke vielleicht hinzustellen. Das wäre vielleicht auch ganz sinnig. Oder da drunter? Vielleicht eher da drunter, ne? Äh, machen wir da eine Tür hin. Und, ne, da machen wir keinen Lüftungsgitter hin in die Krankenstation. Aber hier, machen wir eins hin. Und, dann machen wir da die Apotheke hin. Ja, basteln wir mal so. Strom braucht die auch. So, ist es dann. Ist aber erstmal nicht so dringend. Die kann ganz normal produziert werden. Machen wir hier den Raum noch weiter. Und graben ein bisschen weg. So, läuft erstmal. Da oben wird fertig gemacht. Ist das denn schon Raum? Ja, ist sowieso schon Raum. Krankenhaus. Allerdings hat das Krankenhaus ein Luftproblem. Aber jetzt kommt die erste Luft hier hoch schon. Verhungern. 14.000 Kalorien. Alles gut. Gut. Das funktioniert. Hier oben fehlt es noch an Strom. Und da fehlt es auch noch an... Macht der das jetzt? Okay. Ja, hier ist erstmal Prio, ne? Gut. Da wird gebaut. Krankenstation ist auf jeden Fall fertig. Sauerstoff fehlt da. Okay, hier wird das Licht auch schon gemacht. Wie weit sind wir denn mit Forschen? Da oben. Okay, der Acker da wird gemacht. Das passt dann schon. Prio zum Forschen ist aber nicht da, oder? Machen wir hier sechs. Da wird Essen gemacht. Und das Wasser ist aus, ne? Oder? Ne, das ist an, ne? Okay, hier müsste noch gewischt werden. Das kommt aber später dann erst. Toilette. Was machen denn Keime hier? Ne, Keime daneben, ne? Oder? Oh, noch nicht mal da sind die Keime. Okay. Da müssen wir definitiv jetzt mit den Keimen desinfizieren hier. Wie sieht's hier unten aus? Da ist alles gut. Da muss desinfiziert werden und da auch. Hier sind viele Keime schon in der Luft. Da sind auch Keime. Wem gehört denn das Bett? Hassan zugewiesen. Wer ist Hassan? Da oben ist Hassan, oder? Ja. Okay. Krankenstation ist erstmal fertig. Leute, hier wird auch jetzt Licht gemacht. Denkste ist aber noch nicht so ganz so weit. Warum? Luftdruck ist hier verkehrt. Okay. Äh. Jetzt geht's aber dann. So, da haben wir jetzt auch Licht. Dann wachsen die auch schneller. Allerdings war hier irgendwas falsch gemacht, oder? Wie machen wir das denn hier? Warte mal, das Overlay fürs Licht ist hier. So, das ist hier falsch irgendwie gemacht, ne? Die Räume sind dafür. Ach, hier passt das Licht auch nicht nach da. Wir hätten einen weiter nach da rutschen müssen, das Ganze. Oh. Ja, genau. Da haben wir hier den Fehler dran, ne? Das bedeutet... Möbel, Lampe kommt da hin. Ja. Diese Lampe muss abgebaut werden. Die zerlegen wir. Diesen hier können wir auch zerlegen. Und der muss dann da hin. Ah, das ist jetzt laufen. Ah, nee, das war nicht, äh... Das ist da der Acker. Der kommt da hin. Und der kommt da hin. Na, das kann dann auch nochmal weg. Zerlegen wir auch den Strom. Da kommt neuer Strom hin. Müde schläft. Oder sollte schlafen. Ja. Äh... Äh... Ah, die haste meine Kunden, die wir können nehmen können, um an der Leidenschaft Reaktion zu stoppen. Okay. Und das hier will ich dann kurz... ja da können wir mal ein paar machen oder ja da haben wir schon mal was nochmal fünf davon so hier kommt luft jetzt rein wie sieht es dann mit dem sauerstoff aus was es geht hier ist fertig gebaut nahrungsmangel 9000 ok forschung abgeschlossen das war aber alte sachen kolonier voll kann man welchen auch hier nicht verstopft ok mal geschafft das läuft erstmal so weit und dann er hat er aufgewischt oder was hat er da gemacht in dem geht es aber dreckig dass das problem max ist hier lebensmittelvergiftung naja das ist wir müssen gucken dass man mehr nahrung kriegen und die sind definitiv hier drinnen zu erledigen oder da beziehungsweise da und hier ist irgendwas nicht passend da können wir mal den druckausgleichs siegel bauen dann wird da was passiert so da wird entkeimt das ist gut wie sieht es denn hier mit dem wasser aus ja das nimmt ab die keime werden von alleine gehen von alleine weg das ist schon mal gut pumpe ist aus hier muss noch gewischt werden ja können die irgendwann machen ne kohle ist da strom läuft deswegen ohne zu treten auch gut wasserfilter ok kommt das gerade ja dann geht es doch gleich weiter wohl kann irgendwas nicht auch wir können mal was aufräumen denke ich meine das geht auch aufzuräumen ok da liegt sogar matschregeln das schmutzige wasser kann auch weg hier oben gibt es auch noch was aufzuräumen da unten auch noch passt erstmal mach mal weg räumen wir alles auf hier jetzt hier ist jetzt ein druckausgleich da wachstum gestoppt luftdruck da gibt es ein luftdruck problem lüftungs overlay das sind aber die rohrer da machen wir hier zu oder wie die lampe ist ja jetzt ein rüber gekommen wie sind das mit dem licht jetzt das passt das passt auch hier muss jetzt was zugebracht die forschung ist fertig kühlschrank haben wir auch das ist schon mal gut dünger fabrikator das ist auch gut das haben wir hier parkschild ok die haben wir den landschaftsstation der ist ganz wichtig den sollten wir jetzt da einbauen gut aber dann müssen wir auch noch die andere geschichte mit dem essen mit dem essen nichts mit dem dingen zu machen sag schon mit denen ja den acker was haben wir denn hier noch ein juicer das wollen wir jetzt nicht jetzt gucken wir mal weiter erdgasgenerator ölerfenerie brauchen wir nicht intelligente batterie wäre bestimmt nicht schlecht was ist das jetzt hier krankenstation und hand desinfizierer ich glaube machen das mal als erstes obwohl die toilette natürlich viel wichtiger sind dass uns erst die toilette machen bevor wir das machen und dann geht es hier unten noch nicht weiter glaube ich erstmal hier gucken dass wir hier zum beispiel den lufterfrischer haben der dann die luft auch reinigt ne luftreiniger haben wir dann da auch noch das passt doch gut läuft erstmal können wir noch etwas einstellen das ist schon mal gut so und wir haben da noch zwei frei das mal gucken wie wir das hier weitermachen mit den lagerräumen der ist ja schon verdammt groß was haben sie hier unten jetzt gemacht aufgewischt immer noch nicht das wäre mal sinnig wenn hier unten mal was aufgeräumt wird ne prio mach jetzt mal hier die prio grad hoch er hat hier lebensmittelvergiftung 1,2 zyklen 1,2 zyklen ah hier waren wir auch noch dran ne ne dann gibt es hier noch einen aufräumauftrag und prio kommt da auch nochmal hoch damit wir das weg haben dann müssen wir hier weiter arbeiten ja machen sie schon mal sehr schön gut ja dann müssen wir dann hier können wir zubauen ne die machen wir unten schon mal sauber das ist schon mal gut schwer am arbeiten hier oder was ist hier nasse füße und hungrig essen geht grad noch so da pflanzen wir das rein ah das ist hier was wir jetzt hier strom wahrscheinlich ne also außerhalb vom gewächshaus das bedeutet das muss zu werden damit das ein gewächshaus wird ne so das heißt hier muss zu und da muss zu hier haben wir uns verbaut sozusagen ist aber nicht schlimm machen wir mal erstmal hier weiter das kriegen wir dann schon hin ne was ist da für eine luft dran ne da ist natürlich co2 dran ne aber sollte eigentlich auch funktionieren soweit erstmal ne ah hier ist jetzt wie sieht es mit dem sauerstoff aus hier ah der raum wird sehr gut verseucht das ist halt unsere krankenstation hier geht es überall ich glaube wir sollten vielleicht hier irgendwo nochmal sauerstoff rein machen ne ne sanitär nicht sondern lüftung ich glaube wir machen das nochmal da hin in die apotheke auch nochmal luft rein gut der ist am forschen hier beziehungsweise medizin rühren ne das ist schon mal gut ah der raum wird dann gleich fertig will ich hoffen aber da brauchen wir ja auch noch strom dran ne oder was war das ne braucht er gar nicht okay was sieht es denn mit ach so dingens haben wir ja fertig jetzt hier war das bei nahrung der acker ja ja da müsste man den acker jetzt hier neu generieren ne das geht dann nicht aber ist nicht schlimm die drei sind jetzt sowieso grad luxus ne luftdruck so wenn die fertig sind brauchen die wasser wasser ist hier oben aber gar nicht ne so ist es gut oder so nahrungsmangel ja ist da forschung ist abgeschlossen das ist jetzt schon die zweite forschung die erste haben wir nicht weggeklickt medizin haben wir jetzt im wasch das waschbecken und toilette ist alles da wunderbar dann müssen wir das jetzt auf dauer austauschen und das ist hier ein gitter ziegel lässt flüssigkeiten und gase durch okay so jetzt sollten wir gucken dass wir eine toilette kriegen und eine dusche waschbecken würde ich jetzt dahin bauen wollen ja dreimal dafür brauchen wir dann wasser zu leitung vor allem erstmal von der pumpe geht es dann raus die geht nach da unten okay okay so sollte das funktionieren und hier sollte das auch funktionieren da brauchen wir eine rohrbrücke das war falsch warum muss ich drücken nicht er sorry und das kommt dann da lang oder er muss anders habe ich gerade keine chance das dahin zu machen und da muss der auslaufen und da können wir was wegnehmen dann passt das mal gucken was wir machen und ob das dann klappt ok ja da muss noch was gebaut werden ist klar hier auch das können wir gerade noch hier zu ende machen ja der raum ist noch nicht fertig weil da nur eine tür fehlt oder machen wir nochmal prior 9 da oben hin für die tür damit der raum fertig ist dann funktioniert das mit dem auch so hier oben ist noch nichts fertig wir haben aber noch genug zu tun ah ne doch hier sind zwei fertig die kann man ja schon mal pflanzen ich weiß gar nicht ob die dann auch wachsen wenn die kein wasser haben die tür wird jetzt fertig und dann müsste der raum auch fertig sein ist ja auch wunderbar so max wie ist mit dir also er wird wieder gesund oder würde ich sagen müssen wir mal gucken wie es fertig hier wird die sind überall am arbeiten auf jeden fall das ist schon mal wichtig ja dann würde ich sagen müssen wir gucken wie in der nächsten folge das mit der rohrleitung hier ist wie weit das gut klappt wir haben ja jetzt auch hier medikamente die leider noch nicht weggelegt sind wir müssen mal einen kühlschrank dann noch aufstellen ja müssen wir weiter gucken kriegen wir aber alles in der nächsten folge hin denke ich mal ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid machen gerade aber noch eine forschung wieder an komm mach deko alles klar bis zur nächsten folge ach so wenn ihr noch kein abo habt macht eins wenn euch die folge gefallen hat gibt einen daumen hoch macht euch die glocke an dann kriegt ihr mit welchen video hochlade und was haben wir noch ja ihr könnt gerne auch reinschreiben was euch gefällt was euch nicht gefällt und dann sehen wir weiter alles klar bis dann tschüss 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 Vielen Dank.